Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Ach den kenn ich doch. Und nochmal muss der nächste Zorex Minios verknüpfen. Hier, ach das ist der Briton. Ja, ganz nett, er war ja Living Solitude. Warum? Es war ein Cabin, irgendwo an der Nordbank in der White, neben der Riverwood. Eine leute Frau war da. Oder so habe ich gedacht. Sie hat mir die Nacht bleiben, aber sie sagte mir nicht, um in den Zeller zu gehen. Natürlich bin ich interessiert. Es ist normal. Was findest du neben dem Zeller? Es gab alle verschiedene Odds in da. Ich glaube, sie war eine Witch oder ein Necromancer oder so. Oh nein. Ich kam aus dem Zeller und nie zuhörte. Nicht gut. Äh, die Papiermücher. Ach guck mal, warum es escape? Ja, andere bedeutet, zur Survival. Ich weiß. Ich habe mir gedacht, um eine Gesichter zu gehen. Aber sie hat mich nicht versucht. Sie hat mir gedacht, dass du mit mir leidest. Du kannst versuchen, wenn du willst. Sie ist in einem Hall in der Grunde, in Markkart. begonnen so kann man zu collect on control zwei neue quest da hat sich diese mochung lohnt wuuhu ja aber wann diese stimme ist so schön ich kämpfe sowohl mit stahl als auch mit nee hier will niemand anheuern der bretoner die trance natürlich gibt sie nix wäre auch zu schön naja das war ja nicht so ich bin gizli aber ihr könnt mich einfach erikos schwächter genau erikos schwächter nennen wir dich ach gott ich bin jetzt schon so kann das sein dass ich so zwei missionen jetzt schon mit diesen Prozent kleiner da beschäftigt bin ja ne ein fast die ganze letzte folge hat missionen folgen allein die ganze letzte folge habe ich glaube ich 15 minuten wenn ich richtig mit geguckt habe so an diesen äh anscheinend haben die kaiserlichen ständig bedarf für alles mögliche Prozent für diese frau geredet da so ziemlich alles was wir brauchen wir wollen nicht bebänderte des starken blocken ach die wollte ich ja hier Prozent beidhändige verursachen 20 prozent höheren schaden könnte ich eigentlich mal lehren frostschaden auf gesundheit und ausdauer johann das lerne ich was kann ich denn ich kann hier wieder alles kaufen hier eisenbarren kaufen wir äh lederkaufen lederstreifen hier äh stahlbarren kaufen wir ja gleich 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 mit dem kampf wenn ihr waffen oder rüstungen braucht meine schmiede macht niemals so und nochmal stahldeutsche so machen wir stahldeutsche jo schmiede könnt ihr jetzt verbessert die so ein verrückter verbessern wie sie naaa natürlich ledersachen kann er aber noch machen ne jo lederstiefel lederhelm kann er noch machen stahl schmiede kunst 33 ja ok die besten waffen und rüstungen ja die verkaufe ich euch stimmt äh lederhelm lederstiefel und das was übrig geblieben ist ach da waren ja auch noch alle rüstungen wenn ihr eine sucht habt ihr darüber nachgedacht habt ihr euch in den kampf zu sparen sollte er er verdient doch gut würde ich wohl wenn da nicht mein sohn wäre und meine frau ach zweimal würde mir ans leder gehen sollte ich auch nur andeuten den fuß auf ein schlachtfeld setzen zu wollen ach so kann die auch gut verdienen sturmmäntel und kaiserliche soldaten für gefährlich ok stell dir rüstung für die kaiserlichen her zu etwas anderem habe ich momentan auch kaum zeit die männer die hier in einsamkeit trainieren und die truppen die im einsatz sind alle brauchen sie waffen und rüstungen aber damit erzähle ich euch gewiss nichts neues das ist wahr ihr seid jetzt recht ziemlich verbunden oder ehrlich gesagt nein aber großkönig torik unterstützte sie und nun hat lady elisive sich ebenfalls auf ihre seite gestellt man könnte sagen dass ich im herzen ein königstreuer bin das muss wohl jetzt jaltreuer heißen meine loyalität gilt einsamkeit wohin jahr elisive uns auch führt ich folge ihr ok ihr könnt jederzeit rückkommen wenn ihr waffen oder rüstungen braucht wenn meine schmiede macht niemals tausend was gibt es denn hier wache wölfisches grinsen haupt bloß nicht dass er mit mir feiern kann was gibt es denn hier haupt mal Aldi haupte was wer gehört jetzt an mich in der Tat in der Tat mache aus jungen burschen Männer also was ich spiele mit dem Gedanken den General um ein paar Schulungsbücher zu bitten dann hätten die Soldaten was zu tun wenn sie nicht im Dienst sind was anderes als zu saufen schon mal ein Buch mit dem Titel der Spiegel gesehen das haben wir früher den Jungs in die Hand gedrückt die sich über grundlegende Schildtechniken informieren wollten der Spiegel ja genau ich kann die Zeitung geben kommt jeden Donnerstag raus wenn ich eine Abschrift finde bringe ich sie euch gut für euch ja äh bringe ein der Spiele der Spielsblässe ich feier das äh genau aber hatte Spiegel Spiegel ist äh weiß ich gar nicht Springer Verlag nein ist es nicht ach ich weiß nicht er war der der den Vorsitz bei der Exekution hin hatte nicht gerade meine Sternstunde Rockwirr war ein guter und ehrenhafter Mann nett ihr denkt also er hat das Richtige getan wenn man ehrenhaft ist macht einem das vielleicht zu einem guten Mann aber es heißt nicht dass man immer recht hat sonst wäre die Welt ein besserer Ort nein ich glaube er lag vollkommen falsch Rockwiers Hinrichtung war gerechtfertigt und notwendig äh ok Textfehler wie läuft das Training Ihre Zielsicherheit lässt noch zu wünschen übrig doch sie sind bereit für den Kampf schließt meine Männer in eure Gebete ein die werden sie auch brauchen wenn sie nicht bald in Form kommen ist wie bei den Deutschen damals das die waren das die Deutschen oder die Russen ich weiß nicht die nur auf Maske gesetzt haben nicht auf Qualität ich glaube das war bei den Deutschen im Zweiten Weltkrieg die waren nicht zu gut ausgebildet ich weiß ich bewege mich auf ganz den Eis Hauptmann Angeline hat mich gesagt weh ach ja was ihre Abkommandierung angeht derlei Informationen sind im Allgemeinen vertraulich ich denke Angeline sollte es wissen nun dann mache ich es zu einer vertraulichen Angelegenheit gut wenn ihr es so wollt erzählt mir etwas über ihre Tochter das ist ein Befehl nein ich stehe auch natürlich über ihr und jetzt regnet es schon wieder mit so Scheiße ich ich habe auf den richtigen Moment gewartet um es ihr zu sagen ihre Tochter wurde nach Weislauf entsandt wo es zu heftigen Gefechten gekommen ist der Legat von Weislauf wollte in Erfahrung bringen wo sich die Positionen der Sturmwäntel befinden er schickte einen Trupp los um das Gebiet auszukundschaften sie stießen auf eine größere Streitmacht es hieß keiner von ihnen sei zurückgekehrt Gefreiter Morin Angelas Tochter war ein Mitglied dieses Spätrupps sie muss es erfahren okay nicht gut jetzt brennt es natürlich immer noch trotz des Feuers ist auch gut euren überflüssigen Trempel könnt ihr im Kran mit Scham verkaufen stimmt so macht man das hey äh ich dachte der greift mich jetzt an äh ach ja äh zwei ja ein der Spiegel zu all dies ach so aber mit Hysterie unterhalte dich mit Elisif das will ich doch machen äh was haben wir denn hier sonst noch wer ist der? ach Gott der Fokte Kinder 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 brauche ich nicht Kinder sind nicht so wichtig ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun das ist so aus dem Eingang hier aber ist es nicht Halle der Toten ach guck mal da sind bestimmt keine lebendigen mehr in der Halle der Toten nur Totenschädel äh und hier ist ein Arkai ohoho was haben wir denn hier da oben ist bestimmt irgendjemand ich bin da ach hallo Syrer Hallo mein Kind möge Arkai über euch wachen liegt der Mann der hier in innengerichtet wurde hier begraben ihr mein Rock ja ich habe am Hauptmann Aldis appelliert er hat gestattet das Rock wir ein ordentliches Nordbegräbnis erhält so wie es in Einsamkeit braucht ist äh wie lange kümmern wir dich schon mit der Halle der Toten mein ganzes Leben lang ich bin praktisch in der Halle aufgewachsen mein Vater und meine Mutter waren vor mir Priester von Arkai wisst ihr ich glaube ich wurde hierher geschickt um diesen Ort vor der Dunkelheit zu bewahren die sich in Einsamkeit ausbreitet musst du Glühbirn anmachen welche Dunkelheit einfach Glühbirn anmachen diese Stadt hat eine lange Geschichte voller Irrsinn und Mord die Wolfskönigin Pelagius der totes Großkönigstorik und jetzt öffentliche Hinrichtungen meine Bücher erzählen die Geschichten zweifelt nicht daran so hübsch die Straßen sind so heiter die Baden sein mögen die Dunkelheit zieht es nach Einsamkeit alles so negativ sehen ist jetzt die beste Lebenseinstellung wo sind denn die ganzen Toten ich sehe noch keine einzigen so lieb tut Katar kommt oh gottes willen das kann ich gut enden wenn sich sogar die Hände bewegen oh kacke Lavendel Lavendel Leute alles gut alles gut well met oh was lovely was I'd like to another easy here Breton you shouldn't be down here you shouldn't be down here it's dangerous you see him oh perhaps the ball of school well nein down in shadow lost in grief trapped in the voids endless trench to unknowable depths and terrors height goes our downward ascent for signed and blood they came and dressed in blood they went when mortals for reapers fame that all may soon repent Leute bitte du bist verrückt du bist verrückt four mortals said the words and brought the blight upon this land two knives one tail and the hour of death is soon at hand the third with sand between her toes the fourth with ice upon his breath together in ritual and sunken time they seek the dismal death the stage is built but the chairs are all but sterile a place for one who sits opposed a challenger a champion a hero for when darkness spells the day and swallows the stars all that's left to light the path is the fire that burns in mortal hearts and somebody say hero look no further than the fates have brought me here i am your champion you're mad steel tongues and iron teeth clack day and night for but a septum's peace what the hell who are you names are all we are name it and it shall be known it wears a new name where is it proud same as the old mother said your name is guvain father agreed it's a lovely name the children called her ugly and vain mother said ignore their game oh man where are your parents lukewarm sunrise the monarch dances and the dragon lies green pillows flanked brown so true and ring stalks leaned seams of blue i suppose you have no idea how this happened to you seams ran jagged on a curved dome shudder snapped lost in moans thrusting pain unending pain never will it after heart bleeds but no blood comes sorrow knows only laughter trust was given trust was shaken love she kept so it was taken please please what this is do you know you don't hear the priest said to the dead one these apples i want no more the priest said to the wind i like these fires so bones are warm the priest tends to the dead as the priest should the fishwife is not seen or heard or even understood knows not or cares not or cares too much to care priest moves and archaic guides in light is mystery bear we covered so fucked can you be more clear who made this pact the cat whispered doubt to the knives but its blades cut through the knee it quivered no more but first set matted laughing meekly at its fleas the knives nodded to frozen breath as it read from tomb of forgotten death flame rose flame cold wretched wrenching soul of old from the earth born anew cleansed through blood and both defiled water mixed with grains of sand cut from the curve of the mothers child a red god in agonia an elf in north a kajit an elf in north and a red god an agonia a kajit an elf in the imperial I'll take the second frozen words conjured life soul unbound to cause limitless strife daylight's end is nerns final chapter sand on the rug frozen not long after so it was said and then signed in blood but only for three and not for one the fourth was dressed in shades of red one soul entered while the other fled how could that be so crazy so crazy the red guard was murdered for corrupting blood ritual with loose sand not quite deaf it's not mad they killed the kajit for this what the hell I'm wrong stout as oak blood like wine worthy was he of earthly crime but ritual conjured is ritual complete frozen breath cannot halt speech people what is happening here uh the tale said the tale said i smell another the knives said you smell a corpse bones rattle and bones wake and smells their voices hoarse four mortals made the pact but another sat in shallows no one sees the short the poor or the blind in the shadows the fifth one heard the pact but did not speak or sign shivered trembled bought for warmth and colds frigid bind in the shade to hide from shades and say the words that fell the day nothing you say makes sense to me so it makes no sense this day suspect took like took place in the catacomb or crypt the sand says you must find the dead the tale says we found them a claw is brought a wheel is turned and the end is near to ground them oh my god There he is a weird woman the door the yeah then make it largely a unschuldical messed up crazy O and me o was es nicht alles für verrückte menschen gibt weil gar nicht was ich hier gerade daraus finden oder also so verstehen muss das alles alles merkwürdig es regnet natürlich immer noch diese scheiße vom himmel ist doch kacke ist das doch ein kacke hier kacke dort scheiße ist das alles nass und regen ja bürger bin ich etwas aus ich weiß nicht mehr ob ich mit etwas wollte über meinen bruder reden glaubt ihr seine hinrichtung war gerechtfertigt nein ich halte ihn für einen ehrenwerten mann wer war eurer bruder rock wir eröffnete ein tor und sie richteten ihn dafür hin eröffnete ein tor und der falsche mann ritt hindurch wäre dieser mann doch nicht ulfric sturmmantel gewesen hätte ulfric doch nicht den großkönig torek getötet aber es war ulfric und er hatte den großkönig in einem ehrenhaften kampf getötet mein bruder verwehrte dem kaiser volk rache für die tat zu nehmen und jetzt ist der tod hört sich an als sei er oder ein verräter er hat das getan was er für euch seid ihr wie rock wir im herzen ein nord das ist für viele hier schwer zu verstehen ich glaube aldis versteht es ich hätte wohl nicht bleiben können hätte jemand anders ich ich sollte jetzt wohl besser aufhören zu reden vielleicht war die vertoffeln schon wieder das ist alles was wir heute haben seid nicht gierig vielleicht haben wir morgen mehr glück wir schaffen es greta wir haben es immer geschafft ja mir steht nicht der sinn nach einem kommen ich bin mal so aber ich das eigentlich wirklich glauben kannte der rock wir nicht und habe keine ahnung was es bedeutet ein nord aus himmelsrand zu sein er tat etwas ehrenhaftes obwohl er wusste dass er dadurch alles verlieren würde mein bruder war der beste mann in ganz einsamkeit und überzeugt und zur nächsten folge ja ja